Bei mir im Studio ist Professor Hendrik Streeck, Virologe und Welt-Corona-Experte. Schön, dass Sie da sind. Hallo. Hallo. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach geht davon aus, dass die offiziell gemeldeten Zahlen, die ich gerade vorgestellt habe, eigentlich doppelt so hoch sind. Sehen Sie das auch so? Ja, also das ist ja eigentlich schon fast eine Binsenweisheit, dass die Zahlen sehr viel höher sind, als wir testen. Das ist eben die Dunkelziffer. Die wurde im Verlauf der Pandemie zwischen dem 1,5-fachen bis zum 4-fachen höher geschätzt. Also am Anfang der Pandemie sogar zum Teil 5-fach höher. Also dass sie jetzt doppelt so hoch ist, das sehe ich auch so, könnte vielleicht sogar noch höher sein. Eben in der Pressekonferenz hat er auch einen Drei-Punkte-Plan vorgestellt. Was davon halten Sie für sinnvoll, was nicht? Ja, also der Drei-Punkte-Plan hat er ja angesprochen, einmal, dass die Hotspot-Regel durchgeführt werden sollte, dass geimpft werden sollte und dass die 4. Impfung den vulnerablen Gruppen angeraten werden sollte. Das sind natürlich auch Dinge, die man differenziert sehen muss. Bei der Hotspot-Regel, es gibt in der Tat einige wenige Regionen, die wirklich hohe Infektionszahlen haben, die sich auch auf das Krankenhaussystem niederschlagen. Ansonsten sehe ich es als viel wichtiger im Übrigen an, dass wir auf die Hospitalisierungsrate schauen. Wie viele Menschen müssen denn eigentlich wegen Corona noch im Krankenhaus behandelt werden? Da sehen wir ja auch von der Hospitalisierungs-Inzidenz bei sieben, dass wir zwar eine angespannte Situation haben, aber keine Überbelastung. In einigen wenigen Regionen sehen wir eine stärkere Belastung. Und da kann gegebenenfalls die Hotspot-Regel greifen, aber nicht deutschlandweit und auch nicht jede ganze Bundesländer. Das heißt jetzt, was genau für die Maßnahmen? Was wäre hier noch sinnvoll? Welcher Basisschutz muss bleiben? Ich denke, im Moment sind wir in einer Phase mit hohen Infektionszahlen. Wir wissen, wir alle können uns infizieren. Wir sehen auch, dass sich Geimpfte infizieren oder zunehmend infizieren. Und da ist es erst mal wichtig, sich das vor Augen zu führen und eine Maske zu tragen. Die Hauptübertragungen passieren übrigens nicht im öffentlichen Nahverkehr oder im Einzelhandel oder im Supermarkt, sondern zu Hause, im Privaten. Und da tragen die wenigsten eine Maske. Ich rate jetzt nicht zu Maske tragen, aber man muss sich selber vor Augen führen, wann eigentlich solche Infektionen passieren. Und das ist zu Hause. Das andere ist, was enorm wichtig ist, sich impfen zu lassen. Und jedem kann man nur raten, eine Impfung sich zu besorgen. Also dafür ist es nicht zu spät. Aber es ist ja auch schon eine vierte Impfung jetzt im Gespräch. Also wer sollte sich jetzt schon zum vierten Mal impfen lassen? Gut, also eine vierte Impfung für die allgemeinen Bevölkerung sehe ich als kritisch an. Da hat ja auch Professor Radbruch, der Immunologe, deutlich gesagt, dass das Immunsystem hier nicht mehr besser wird, wenn man noch eine vierte Impfung gibt. Es gibt einige wenige Personen, die eine schlechte Immunantwort machen und die zum Beispiel eine Immunsuprimierung haben, die sehr alt schon sind. Denen kann man jetzt bei so hohen Infektionszahlen vielleicht zu einer vierten Impfung raten. Das sagt ja auch die STIKO so. Generell sollte man überlegen, lieber eine gute Impfkampagne für den Herbst und Winter vorzubereiten. Denn dort sollte vor allem bei vulnerablen Gruppen dann eine viertere Impfung angeraten werden. Zwei Sommer haben wir ja quasi schon verschlafen. Was müssen wir also ganz konkret jetzt diesen Sommer tun, damit es uns nicht wieder so geht wie im vergangenen Herbst und Winter vor? Ja, wie viel Zeit haben wir? Das ist nämlich eine ganz lange Liste an Dingen, die wir jetzt machen müssen. Das Wichtigste finde ich erst mal, wir müssen ein besseres Monitoring-System haben. Im Gespräch ist ja immer mal wieder auch das Abwassermonitoring, um zu verstehen, wie hoch die Erregerlast, also die Virenlast in der Bevölkerung ist. In andere Länder haben das wunderbar eingeführt. Das andere, was ich enorm wichtig finde, wir müssen die Schutzquote bestimmen. Also wie viele Menschen sind dann eigentlich genesen? Wie viele Menschen sind geimpft? Die Impfquote ist eine Schätzung. Genauso vom Genesenen, Herr Lauterbach sagt es ja selber, die durchgemachten Infektionen sind doppelt, wenn nicht dreifach so hoch in Deutschland. Das müssen wir aber bestimmen, um überhaupt zu wissen, was im Herbst und Winter auf uns zukommt. Wenn 90, 99 Prozent der Bevölkerung schon eine Infektion oder eine Impfung hatte, dann müssen wir auch nicht über eine Impfpflicht oder Ähnliches reden. Ich sehe es aber viel am wichtigsten an, dass wir auch die Krankenhäuser besser vorbereiten. Viele sind ermüdet, wir haben Personal verloren. Da müssen wir wirklich nacharbeiten, da müssen wir wirklich auch strukturell stärken, weil wir gerade im Pflegebereich ja schon vor der Pandemie ein Problem haben. Wir sind jetzt im dritten Jahr Pandemie und wir haben es noch nicht geschafft, dort nachzubessern und mehr Pflegekräfte anzuwerben und vor allem diesen Beruf auch wieder attraktiver zu machen. Also was konkret musste denn jetzt da getan werden? Nun, da gibt es ja eine ganze Reihe an Problemen für die Pflegeberufe. Es ist ein Beruf, der nicht so gut bezahlt ist. Da kann man die Bezahlung anheben. Vor allem mangelt denen es aber an Kollegen. Wir müssen gezielt Pflegeberufe anwerben. Wir müssen versuchen, diesen Beruf so attraktiv zu gestalten, dass wir eben auch mehr Pfleger und Pflegerinnen bekommen. Das passiert nicht über Nacht, aber wir sind im dritten Jahr Pandemie und wir hätten es am Anfang der Pandemie bereits beginnen sollen. Aber wenn sie in der тай комп Vielen Dank.